Wir sind verrückt, wir beide, hey, hallo, du bist der Hit für mich. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, wunsch. Das war das 1 zu 0 für die Fortuna Düsseldorf in der ersten Spielminute. Torschütze Klaus Allofs Nummer 10. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, wunsch, wunsch. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, wunsch, wunsch. Wunsch, wunsch, wunsch. Wunsch, 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 wunsch. Wunsch, wunsch, wunsch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die überraschende Witterung, es ist also viel zu warm für diese Jahreszeit, haben wir im Wetterbericht gehört. Da hat unsere Automatik hier selbstverständlich drauf reagiert. Das wird sofort abgestellt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Torschütze Wolfgang Seel, Nummer 11. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 6 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 4 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 3 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. 4 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. In der 65. Spielminute verwandelt Gerd Zimmermann Nummer 4 den Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Torschütze Emanuel Günther Nummer 9. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Die Strafstoß zum 5 zu 1 für die Fortuna Düsseldorf. Das war das Ende des Spiels. Die Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Bayern München mit 7 zu 1 Toren. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nochmals auf das nächste Heimspiel der Fortuna hinweisen, das erst im nächsten Jahr stattfindet. Gegner am 20. Januar um 15.30 Uhr im ersten Heimspiel des neuen Jahres ist der VfL Bochum. Achtung, Achtung und hier übermittelt vom Sportinformationsdienst für Kicker Sportmagazin Deutschlands größte Sportzeitung.